Hallo, mein Name ist Axel Bösen, ich bin 24 Jahre alt, wohne in Andermatt und arbeite als Chef de Party im Decedi Japanese. Mich hat motiviert am Wettbewerb teilzunehmen, mich mit anderen Köchen zu connecten und auch vergleichen zu können. Ich möchte den Wettbewerb gewinnen, um mir selber zu beweisen, wie gut ich im Vergleich zu anderen Köchen bin und um mich in der Gastro-Zene ein bisschen zu etablieren. Ich bin Koch geworden, weil ich die Vielfalt und Kreativität in der Küche liebe und man jeden Tag etwas Neues machen kann. Kochen war schon immer meine Leidenschaft, seit ich denken kann, weil ich in einer Gastro-Familie aufgewachsen bin und schon immer gerne meinem Vater beim Kochen zugeschaut habe. Ich hole mir meine Inspiration aus verschiedenen Quellen, sei es von Instagram, Magazin oder auch natürlich beim täglichen Arbeiten in der Küche. Die Botschaft meines Gerichtes ist, die Pulle im Vordergrund zu stellen, ohne viel Schnickschnack und einfach, dass sie gut schmeckt. Mein Markenzeichen in der Küche ist, dass ich recht stressresistent bin und auch bei höchstem Druck immer noch im Fokus bleiben kann. Mein Lieblingsstück Fleisch ist verschiedenes Geflügel, sei es Wachtel, Taube oder auch natürlich Pulle. Ich koche mit Schweizer Fleisch, weil für mich Regionalität sehr wichtig ist und es keinen Sinn ergibt, Fleisch von anderen Ländern zu importieren, wenn man selbst so eine gute Qualität hat. Wir haben viele verschiedene Fleischlieferanten, weil wir immer sehr auf die Qualität achten und versuchen, von jedem das Beste zu bekommen. Döner Epp-Bolognese Jetzt noch cool, aber ich denke später auch Lampenfieber Bratwurst Ich würde sagen, mein Vater Lieber kochen Mein Messer 乱 Ei Ettlich Das ist ja Was soll ich was soll ich